Das Silent Restaurant wurde erst vor wenigen Tagen eröffnet. Es liegt leider etwas abseits der Touristenzentren in Patabola, mit dem Motorroller gute 20 Minuten von unserer Villa entfernt. Der Eingang ist etwas dunkel. Das Lokal selbst ist aber sehr schön und hübsch gestaltet und der Durchgang zu den Tischen ist mit vielen Pflanzen geschmückt. Der Chef des Lokals bittet uns zu einem Rundgang durch die Küche. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und schon ist es auch wieder Abend. Wir genehmigen uns einen Kaffee und das leckere Halapa, das Sampats Frau für uns zubeleitet hat. Selbstverständlich geht auch Sally nicht leer aus. Eine ihrer Lieblingsspeisen ist Büffeljoghurt.